Das scheiß Ding? Pennt immer noch da drauf? So, sind wir gekrabben? Was läuft denn hier für ein Film? Clever, Mausmallow. Packst du nicht, kriegst du eine Kinder, du Lucha. Da ist er nicht mehr, er ist hier. Wobei hat denn der jetzt unten die Kinder? Wenn so weiter geht, verprügel ich ihn. Ich werde ihn jetzt doch nicht packen und ihn in den Tod rennen lassen. Das kann ich doch nicht. Geht das? Ich muss ja... Warte mal. Kollege, was brauchst du? 20 Quadrat Pinometer Gras. Das sind 2% und hat einen Mausmelon gefressen. Tja, tut mir wahnsinnig leid, Mausmelon, aber... Kaum bist du hier, musst du wieder verhecken. So, was müsst ihr eigentlich hier? Hat einen Quarkberry gefressen. So. Er ist hier. Direkt von deiner scheiß Nase. Ja, sorry, ich dachte auch, du wirst das getötet, aber... Ey, ich verprügelst du viel gleich hier, wenn es so weitermacht. So, hier sind wieder eindeutig zu viele. Da haben wir wieder was kaputt kloppen hier. Sonst wächst das nicht mehr richtig. Na, am besten das dahinter kaputt machen. Das ist schon ein bisschen ausgereifter. Hat nicht zu wacht. Achso, eine Motte. Schön, da haben wir jetzt noch die zweite Motte. Wuhu! Fertig. Ähm... Also entweder hat er jetzt gleich auf, oder ich würde prügeln wirklich. Ich... 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 Jetzt reiz mir. Komm her, verpiss dich jetzt. Du bist zu blöd, eine Maus zu töten. Keiner mag dich, du stinkst und bist eine Schlange. So, jetzt habe ich es dir gezeigt. Scheißkerl. So. Mausmelonen haben wir noch. Jetzt nehmen wir kurz Linsen. Info... Eine Distel gefressen. Gucken wir mal, ob wir für die... Motten schon mal ein Häuschen bauen können. Jetzt haben wir zwei Stück von denen. Ich gucke gerade, ob ich irgendjemanden zum Technischen Mächte hatte. Morgen. Na, vielen Dank, du Arsch. Motrop. Behausung. Es ist nicht allzu groß. Ich guck mal, was du kannst oder willst. Wichtig ist, dass du was machst, was dir hilft. Wir seid nur still, Stern. Guck mal, wie wir jetzt hier flohen. Seht, wie meine Texte eure Seelen aus der Gotte holen. Ihr wolltet es nicht, wolltet eure Wir. Und jetzt wissen wir dagegen. Und ich gucke, wie ich dich markiere, wie einen Text. Ja, Kinder sind die Zukunft. Tu doch was dafür. Doch ich merke, dass du nur zuguckst. Jeder meiner Wörter dich hoffnungslos trifft. Und du nachts allein da liegst, weil dein Kopf zerbricht. Meine Garten gucken, stehen. Stehen. Ja, Maus dahin. Baumeister hat einen Auftrag. Nochmal Trops. Bin ja das krank. Was? Dummes Vieh. Eigentlich müsste ich es mal krank sein lassen, weil da noch was passiert. Aber ich möchte es so lang wie möglich eigentlich hinaus zögern. So, jetzt wollen wir mal den Bestand mal wieder ein bisschen reduzieren. Ich fand mir auch, wie diese Viecher hier reinkommen. Ich habe auch keinen Penner, der mich supportet. Ich bin fresh. Jeder von euch kann mir sagen, was er will. Auch wenn ihr nicht mal zugeben könnt. Das wird den Verstand verliert. Es hat mich deprimiert. Trotzdem stehe ich wieder hier und schreit. Meine Parts auch bei niemand von euch den Sinn kam. Hier. Also was willst du erzählen? Du kennst dich aus mit diesem Leben. Doch weißt nicht, wohin es geht. Und ich sag dir, wie es ist. Ich bin da, wo du nicht bist. Du willst eine zweite Chance. Manche Hände gehen hoch. Alles fällt zusammen. Spiel auf auf das Klo. Da jetzt hast du deine Show. Zergele, was kannst du, was du willst. Wichtig ist, was dir hilft. Das haben wir erledigt. Der Baummeister ist noch ein bisschen am Werkeln. Das ist gut. Das ist schön. Das gefällt mir. Arzt ist zurück. Hat ja auch den Wert für sich. So, das mag ja das Vögelchen. Mag das Vögelchen irgendwie nicht. Halt nicht. So. Putt. So, und die wunderschöne Moddroppehauser. Eine fucking Glühbirne. Ernsthaft? Was zum... Okay. Eine Moddroppehausung im Garten. Eine Distel gegessen. Eine Distel. Eine Distel. Okay. Das heißt, ich muss zwei Distel holen. Dann könnte ich nur... einen Techtel-Mächtel anfangen lassen. Yeah. Yeah. Gib mir rein und Distel. Chili. Möhre, Steckkohl, Mais, Kurbis. Apfelhasen aus Brombeere. Eine Distel. Eine Distel. Eine Distel. Ach so. Ja, dann bräuch ich zwei Stück davon, bitte. Die platzieren wir mal am besten. Gut, dann müssen wir jetzt zwei. Weg da. Ich muss euch die Modropps die fressen lassen. Was ist denn nur los? Bunnykomp und Sparrowmind und Bunnykomp. Nee, doch nicht. Squizzle. Und Kazem. Jetzt mal aufhören mit Kazem. Kazem, lass es. Oh, er setzt Erdbeben ein. Nein. Nein. Mach Heide. Kazem, du bist schwach. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hahaha. Nein. Da sind giftige Pflanzen. Es ist einfach ein Vorbeigehen an den kranken Pinata. Pinata brennt. Pinata brennen. Pinata brennen. Eppi, du brennst. Was zum Fick. So, die Disteln werden zubereitet. Erste Moddrop befähigt sich zu der Distel und die andere ist natürlich. Wie kann es anders sein? Was ist der andere Moddrop hin? Digga, ernsthaft? Das Ding muss man ganz schnell verschwinden, weil er hier. Da hat sie es zurück. So, der müsste jetzt glücklich sein. Das ist gut. Das muss ich nur noch vor der anderen Distel fernhalten. Dann habe ich so wenigstens Techtel-Mächtel willig gemacht. Schauen wir mal hinein. Die gute Stube. Süß. Okay. Vor allem Moddrop müssen wir jetzt noch warten. Ach, zum Fick. Vergiss es, Digga. Ja, das war mein Plan. So, der ist weiter ausgebildet, daher wird hier auch eher was bei rauskommen. Sag ich doch. Dann verklappen wir das hier. Dann ist das hier noch dran und das dahinter noch. Na klar, der war nämlich noch lange nicht so weit, leider. So, du kriegst es jetzt mal gebacken, das Ding zu töten. Da habe ich Gefahr, gefressen zu werden. Ja. Shit happens. Ähm. Das. Ja. Schöne Sache. Freue ich mich tierisch. Gibt es da vielleicht nicht einen Fahrungspunkt oder sowas kriegen. Ja. Nein, ich will das jetzt mal wieder hier. Ich will mich doch aber auch. Schatz, was bist du jetzt gefressen? Ja. Ja. Ich will das jetzt mal einmal malen. Tüttelverbesseruuuuung. Ja. Ja. Wollski. Ist das, was ich jetzt erhoffe? Ja. 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 Hatte ich nicht vor. Ja! Gartenplatzausbau, endlich. Digga, darauf habe ich gewartet. Ein Feld vergrößert. So, und du bitte. Was ist jetzt los? Was zum Fick? Ähm, jetzt muss ich ganz schnell machen. Jetzt haben wir mich hier schön in dem Bereich mal ein bisschen vergrößert bekommen. Das werden wir auch direkt ausnutzen. Und genau das jetzt wieder zu vermeiden, was die Schlange da wieder... Ey, das soll ja auch jedes Mal dann genau da hingehen. Jetzt sind sie schon wieder am fighten, oder was? Kann ich mich jetzt erstmal nicht drum kümmern. Jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass die Serpent hier abhaut. Dann muss ich nochmal Zaun kaufen gehen. Wasche. Jupp. Das ist sehr nett von dir. Nichts erreicht, trotzdem sich mit allen Messen. Früher waren wir doch mehr cool, oder was? Diesen Stress der an Rostock. Locker gewonnen aus Block. Aber das sind alte Zeiten. So einfach, Fick da. Fick, Fick, Fick. Alter. Jetzt bitte verarsch mich nicht, Junge. Bitte. Ah, es ist schon wieder zu viel auf einmal. So, wo ist das kein Piñata? Nein, es wird nicht besser. Diese Stunden stehen im Raum, und du meinst, es wird klappen. Ganz ehrlich, das glaub ich kaum. Ich verbesser diesen Style. Nein, ich bin geht zur Skyline. Aber innerlich will ich doch einfach nur befreit sein. Scheint so, aber innerlich bist du Psycho. Scheintot, aber äußerlich... Herz ist nicht da. Sky ist auf dem Weg. Ich bin Leute, die mir in den Arsch getroffen sind. Die meisten sind gegangen, weil sie innerlich gebrochen sind. Wir sind blind, unser Weg ist das Ziel. Hast du mir immer gesagt, doch du versprachst zu viel. Alles zu viel, heute steh ich fast alleine da. One man, ey. Alcatraz, Herzchen. Ja, woher an mich geglaubt, ich war euch scheißegal. Ich sollte unten bleiben, Sir, ich hab in der Fenausschner. Ich hab mich geglaubt, wenn es klappt, kommt die Hand. Bis dahin kann ich entscheiden, wie man noch vertrauen kann. Ja, mir geht's gut. Sparte dein Geheucheln und geh. Mit jedem Schritt, den du machst, stehst du mir da im Weg. Wir haben mich geglaubt, wenn es klappt, kommt die Hand. Bis dahin kann ich entscheiden, wie man noch vertrauen kann. Ja, mir geht's gut. Sparte dein Geheucheln und geh. Mit jedem Schritt, den du machst, stehst du mir da im Weg. diesen Kürbis hier angreifen würde. Ah, so scheiß Kerl. Auf meine Viecher zu attackieren. Der Arzt ist noch nicht zurück. Drecksarzt. Scheiße. Make it real. Hier ist jetzt groß genug. Ah, es ist gerade schon wieder... Es ist ein bisschen... Oh, jetzt sind sie wieder am Kämpfen, die Viecher. Ich werde Kirre. Warum denn jedes Mal alles auf einen Schlag? Ey, erst hast du hier gar nichts zu tun. Leute, ich kriege gleich hier... Nee. Weil ich diese Erde dann nicht zukriege, oder was? Okay. So. So. einmal garten kassel und kassel hat das du kann man doch hat immer so das morgen